Also wir haben es auf einer anderen Tonart gespielt, aber ich habe es mal versucht mit John und dir und dann hat er so ganz nett, Bass dazu gespielt, aber ich wollte es jetzt noch mal ganz machen, weil diesen zweiten Teil haben wir noch nicht gemacht, weil man aus der falschen Tone hatte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.